Minecraft nun auch für die Playstation 4 angekündigt. Der weltbekannte Indie-Hit Minecraft wird nun auch auf der neuen Playstation 4 von Sony erscheinen. Dies wurde bereits schon am 21.08.2013 auf der Gamescom in Köln angekündigt. Ein Release-Datum für das Spiel ist allerdings noch nicht bekannt gegeben worden. Ab sofort werden wir euch in manchen Ausgaben der Minecraft News eine kleine Frage an euch stellen. Wir würden uns in jedem Fall über viele Kommentare dazu freuen. Dieses Mal würde uns einmal interessieren, ob ihr Minecraft auf der PS4 spielen wollen würdet. Das war's von dieser Kurzausgabe der Minecraft News.